Schon im Jahr 2004 haben die Entwickler einige coole Details und Dinge ins Spiel eingebaut, die es in den neueren Sims-Teilen nicht mehr gegeben hat. In diesem Video möchte ich auf das 50 besondere Sims 2 Details Video von OnlyAbiDwang reagieren, welcher zu diesem Thema ein wirklich interessantes Video erstellt hat. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgespult und wir sind jetzt schon direkt bei den 50 Dingen, die die Sims 2 besser gemacht hat als die Nachfolgeteile und ich würde sagen, wir wechseln auch direkt rüber. Das fand ich auf jeden Fall extrem cool. Die Sims haben immer die ganzen Kochlöffel und alles, was sie zum Kochen gebraucht haben, aus den Schubladen genommen und nicht wie in die Sims 4 einfach hergezaubert. Schaut euch das an, sowas gibt es in die Sims 4 wirklich gar nicht. Die Sims liegen halt immer nur irgendwie rum. Das habe ich schon auf Twitter gesehen, das fand ich extrem witzig. Die Sims 2 konnten die Bildschirme einfach auch von der Wand runterfallen. Ich weiß nicht, also bisher muss ich sagen, das Video finde ich doch schon mal eine ganz interessante Sache, weil man wirklich so ein bisschen noch mal mehr Einblicke bekommt, wie die Sims 2 einfach vieles besser gemacht hat als die Nachfolgeteile. Ich meine, natürlich gab es auch in die Sims 3 und die Sims 4 Sachen, die dann einfach besser gemacht wurden, wie der Baumodus bei Sims 4 zum Beispiel oder auch der Ersteller 1 Sim-Modus. Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, diese ganzen kleinen Details sind auf jeden Fall in die Sims 2 wirklich stark. Davon gibt es noch einige, 50 Stück insgesamt. Also die Sachen, die wir jetzt schon hatten, würde ich mir für Sims 4 wirklich wieder wünschen. Okay, ehrlich gesagt wusste ich das auch noch nicht so ganz. Die kleinen Kinder am Ausbüchsen. Das hätte ich mir für das Elternfreuden-Gameplay-Pack irgendwie gewünscht, aber haben wir dann auch nicht so richtig bekommen. Ja, die Sims haben einfach die Pizza so mit der Hand genommen und wie man hier jetzt auch sehen kann, ist so runtergelabbert und in die Sims 4 ist es ja eigentlich nur auf diesem Teller, was dann eigentlich ein bisschen schade ist, weil so finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel haben die Sims auch Nudelboxen und so haben können, die sie dann auch wirklich wie so eine Nudelbox man ja so in der Hand hält und solche Details fehlen wirklich. Jetzt mal ernsthaft. Okay, das ist auch interessant. Also alles, was die Sims so sprechen, machen sie auch so ein bisschen mit ihren Armen. Wird dann auch ein bisschen visualisiert durch die Animation. Cool. Ja, jetzt sind gefühlt alle Interaktionen so ein bisschen ähnlich irgendwie. Also eigentlich ist es manchmal gar nicht so wichtig, was man dann letztendlich auswählt. Das ist auch einfach genial, aber wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja, ich meine, Wendeltreppen dazu gibt es ja noch nicht viel, weil wir die noch nicht in The Sims 4 haben. Man sagt ja immer so, die neueren Teile werden immer aufwendiger, immer größer, immer mehr Möglichkeiten. Aber so diese, diese Kleinigkeiten werden gefühlt in The Sims 4 immer so ein bisschen rar, sind immer noch ziemlich rar. Ich meine, so würde ich mir die Autos in The Sims 4 auch wünschen. Man hat so viele Interaktionsmöglichkeiten, die teilweise auch ein bisschen unnötig sind, aber die einfach mega cool sind. Und die Autos bewegen sich auch richtig auf der Straße. Äh, oh, das wusste ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Okay, über kleine Objekte können die Sims einfach drübersteigen. Ehrlich gesagt macht es ja auch gar keinen Sinn, dass die Sims einfach vor allen Objekten so stehen bleiben, weil warum können sie nicht einfach drübersteigen? Das ist auch irgendwas, was ich eigentlich gar nicht so richtig verstehe. Aber ich habe das Gefühl, auch im Bett sind bei den Sims ganz viele Interaktionen weggefallen. So dieses Entspannen und was man alles früher hatte, gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und auch das, was wir gerade gesehen haben, Albträume, haben wir, soviel ich weiß, jetzt auch nicht mehr. Können Kreuzworträtsel und kleine Flugzeuge aus den, aus der Zeitung basteln? Ja, Zeitung gibt es in The Sims 4 ja auch nicht mehr. Die Kinder haben dann richtig Angst, wenn sich ihre Eltern streiten. Was für eine coole Interaktion eigentlich. Ich muss sagen, das mit den Kleinkindern ist jetzt immer so eine Sache, weil ich der Meinung bin, dass wir jetzt im Spiel auch ein paar Interaktionen mit den Kindern haben, wie dieses Rumwirbeln, was wir halt in den früheren Teilen in der Art nicht so hatten. Also die Kleinkinder-Aktionen sind, Interaktionen sind eigentlich alle ganz süß gemacht. Aber das war schon irgendwie witzig, auf jeden Fall. Man muss die Fernseher richtig wegziehen, damit man sie reparieren kann und dann auch wieder zurückschieben. Ich meine, bei den Sims ist es ja mit dem Reparieren immer so eine Sache. Jetzt auch, wir haben ja letztens dieses Update bekommen, mit dem man die Betten reparieren kann. Da finde ich es auch so witzig. Die Sims schrauben einfach an irgendwas richtig rum, aber halt nicht wirklich am Bett. Und in die Sims 2 war es dann anscheinend wirklich so, dass da auch richtig interagiert wurde. Ich meine, das ist halt genau das, wie man es im echten Leben auch machen würde. So legt sich, glaube ich, gefühlt jeder von uns auf die Couch. Also... Das habe ich im Sims 2 Livestream auch bemerkt, dass die Sims einfach in die Kamera gucken und man das eigentlich gar nicht so richtig erwartet und plötzlich wird man von den Sims angestarrt. Das ist irgendwie ein witziges Detail. Scheinbar haben die Sims auch so ein bisschen so ein Gespür dafür, dass da doch irgendjemand ist und da irgendwas rumsteuert. Hier sehen wir wirklich ein klassisches Beispiel dafür, dass in die Sims 2 wirklich kleine Details, die eigentlich niemand braucht, drin waren. Aber ja, die Sims haben wirklich die Spielfiguren richtig bewegt und nicht einfach nur alles kreuz und quer verteilt, so wie es jetzt halt in die Sims 4 auf jeden Fall so ist. Ich frage mich, ob es jetzt wirklich richtige Schach ist, was sie da gespielt haben, also auch mit den Schachregeln und so weiter. Das wäre jetzt natürlich noch mal interessant zu wissen. Die Sims reagieren richtig auf Noten und erzählen es ihren Eltern. Warum haben wir so eine Interaktion nicht im Spiel? Das verstehe ich auch nicht. So wie es hier umgesetzt ist, war es doch wirklich eigentlich relativ cool. Ich um Kleinkinder essen einfach das Hundefutter. Der gesunde und leckere Snack für zwischendurch. Okay, das ist wirklich cool. Die Kleinkinder können sich ins Hundekörbchen legen. Was ist das für eine... Man kann einfach Platz sparen, indem man die Tiere und die Kleinkinder gleichzeitig irgendwo reinpackt. Wie cool. Ich meine, wenn wir irgendwann noch mal so ein Lebensfreude-Erweiterungs-Pack reinbekommen würden. Ich glaube, die Entwickler können sich auf jeden Fall an diesem Video inspirieren lassen. Link auch noch mal in der Beschreibung. Da sind doch echt so viele Sachen dabei, die irgendwie das ganze Spiel so ein kleines bisschen aufwerten. Wäre auch ganz cool für so ein Update. Einfach mal so ein, sagen wir mal, Realismus-Update oder dass man auch mit jedem Update ab und zu mal sowas wieder ins Spiel bringt. Liebe Entwickler, wäre doch mal auf jeden Fall ein Vorschlag. Die Sims interagieren mit ganz vielen Interaktionen miteinander. Das kam ja auch mit Die Sims 3 Wildes Studentenleben zurück, gerade dieses Ballwerfen. Aber sonst haben wir ja aktuell auch noch nicht so viel davon. Okay. Für verspielte Sims gibt es ja auch so Interaktionen, mit denen man einfach in der Badewanne irgendwie Pirat und so weiter spielen kann. Aha, wie cool. Das ist jetzt auch sowas, was ich in meinem Sims 5 Video angesprochen habe. Hier sieht man irgendwie wirklich, wenn die Sims bestimmte Eigenschaften haben, verhalten die sich auch anders. Und das war jetzt gerade auch wieder sowas, wenn die Sims schüchtern sind, dann reagieren sie, indem sie halt in die Kamera gucken und ziemlich beleidigt aussehen, wenn sie den ersten Schritt machen müssen. Genau sowas brauchen wir halt gefühlt viel mehr im Spiel. Jetzt mal ernsthaft. Okay, wir sind fast am Ende. Die Sims können auch ganz andere sportliche Sachen hier machen. Oh, wie cool. Und die anderen Sims reagieren auch noch richtig drauf. Und ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Haarphysik auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, mir fällt es gar nicht mehr so arg auf, aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann ist es doch relativ eindeutig. Also das macht das Ganze noch mal so ein bisschen realistischer. Und hier als letztes noch die Wecker, die sich die Sims stellen konnten. Ich kann mich auch noch an die Sims 3 erinnern. Da war es ja auch immer so, dass dann der Wecker direkt vor der Arbeit geklingelt hat und man die Sims dann zur Arbeit schicken musste. Also ehrlich gesagt, jetzt hat mich das Ganze doch schon so ein bisschen überrascht. Wir haben wirklich einige Sachen gesehen, die ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Ich meine, ich habe die Sims 2 auch eine Zeit lang gespielt. Ist zwar schon ewig her, aber ja, also diese ganzen Details. Wir haben in Sims 4 neue Details. Wir haben zum Beispiel dieses Objekt, mit dem die Sims-Kinder spielen können, dieses große Schiff. Aber halt andere coole Sachen, aber dafür fehlt halt sowas jetzt. So dieses, was einem halt eher beim genaueren Hinsehen auffällt. Welches Detail aus diesem Video hat euch am besten gefallen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Schaut ebenfalls noch mal bei Only a Beat Duangs Kanal in der Beschreibung vorbei. Er macht immer wirklich spannende Videos zu den unterschiedlichsten Sims-Themen. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.